Und dann Moinzen zum VfB aktuell zu Sascha Kalajdzic, wie gestern auch schon im VfB News angekündigt, hier das Video, da es ja einiges an Gerüchten gibt, also die einzige Klarheit ist wohl die, dass er halt geht. Die Saison 15 Spiele, 6 Tore, 2 Vorlagen, Vertrag läuft nur noch ein Jahr, läuft bis Sommer 2023, aktueller Marktwert bei 22 Millionen Euro und eben 24 Jahre alt, der Kollege, also die offiziellen Fakten von ihm, gehen wir mal ein bisschen durch, was im Raum steht. Also der 2-Meter-Mann ist begehrt, sagen wir es mal so. Ablöse wurde oft genannt, rund um die 20 Millionen oder mindestens 20 Millionen, der Kicker schreibt auch von 25 Millionen, die wir haben wollen. Ich glaube, das geht in die Richtung von dem Marktwert, auch wenn nur noch ein Jahr Vertrag ist, aber ich glaube, das ist eine angemessene Summe. Der VfB, auch in Form von Missenthalte und Aussagen und so weiter, geht auch davon aus, dass er nicht zu halten ist, das ist ja auch alles irgendwo logisch. Auch hier alle Quellen, alle Berichte, wie es hier oft nennen wird, im Summellink in der Videobeschreibung zu finden. So ein bisschen Ausgangspunkt ist ja, dass Lewandowski seinen Vertrag bei Bayern nicht verlängern wird, keinen neuen Vertrag unterschreiben wird. Das heißt, bei ihm ist auch Ende 2023 im Sommer, ein Jahr noch, gibt es auch schon Berichte über mündliche Einigung mit Barcelona, aber das sind andere Themen, aber das ist so ein bisschen der Ausgang, warum die Bayern natürlich auch irgendwo einen Ersatz suchen. Haben dann den Berater von Kalajdzic kontaktiert und was man ja auch sagen muss, mit der größten Fan, der auch so ein bisschen die Summe, die Ablösesumme in die Höhe treibt, ist ja Didi Hamann hier bei Sky immer wieder. Der meint, wenn Lewandowski geht, vertraut er Kalajdzic, dass er seine 25 oder 30 Tore macht. Also kann er gerne so weitermachen, das treibt den Preis wahrscheinlich nicht immens hoch, aber so vom Ding her ist das schon ganz interessant, ob man dem zustimmt, weiß ich nicht. Das kann jeder selbst bewerten, ob Kalajdzic das Niveau für die Bayern hat oder eben nicht. Nagelsmann, glaubt daran, der ist scheinbar angetan von ihm, hat wohl das berühmte grüne Licht gegeben für einen Transfer, ebenso auch Braco, der ihn unbedingt zum Bayern holen will, zum Bayern führen will und dann kamen auch schon diese klassischen Autofahren auf dem Parkplatz oder fahren in die Garage und so weiter Videos, journalistisch gesehen auf der Säbener Straße, also am 18. Mai zum Beispiel soll es zur zweiten Fahrtungsrunde gekommen sein, also eben sein Berater mit dem FC Bayern München in München eben. Nun aber, aktuell kommen die Berichte, dass es Uneinigkeit gibt. Nicht alle Verantwortlichen sollen sich da so ganz sicher sein, ob Kalajdzic der Ersatz ist. Ich meine, eben immer die Frage, ob Lewandowski nur mit einem Spieler ersetzt wird, wohl eher mit zwei, aber das ist ein anderes Thema. Aber eben auch das Thema, dass die wohl eher 20 zahlen wollen, als eben die 25, die öfter genannt wurden auch, vor allem vom Kicker zum Beispiel. Hier eben die Frage, dann wie viel dieses grüne Licht von Julian Nagelsmann, vom Trainer dann im Spezifischen gilt. Weil ich kann mir das schon bei den Bayern gut vorstellen, dass da andere das Veto haben. Also ich glaube da fast, dass das Wort von dem Kahn oder sowas mehr Gewicht hat, als das vom Trainer, was die Entscheidung dann angeht. Gibt aber auch Berichte, dass sich Sascha selbst nicht mehr so ganz sicher sein soll. Also gerade wenn Lewandowski bis Vertragsende bleibt, eben doch noch das eine Jahr bleiben würde, logischerweise würde es seine Spielzeit, ja, sehr begrenzen, sagen wir mal so. So, deswegen eine Spielzeit, die er wahrscheinlich auch im BVB bekommen würde. Die waren auch schon mal mit dem rennenden Zinses scheinbar auch wieder. Steigen wohl wieder mit ein, gerade auch durch den Rauswurf oder durch die, ja, das Roseaus beim BVB. Wohl der neue Trainer Terzic, das ist glaube ich immer noch nicht ganz offiziell, aber es soll wohl so werden. Auch in Berichten heißt es, dass Terzic von ihm angetan ist, vielleicht auch ein bisschen mehr angetan ist. Oder mehr hält auch als in Rose, damals sind so ein bisschen die Berichte. Deswegen ist der BVB da jetzt auch voll mit dabei wieder und dadurch scheinbar aktuell, also die aktuellste News quasi, soll er auch eher zum BVB tendieren, Kalajic selbst. Wie gesagt, da wäre natürlich auch die Spielzeit erhöht beim BVB wahrscheinlich. Auch da, Thema Haalandersatz, wahrscheinlich würden die auch eher dann, Adem ist ja schon da, eher wieder mit zwei Leuten den einen großen Abgang quasi kompensieren wollen. Zur Vorstellung, ich kann nochmal alle Vereine, die so genannt wurden, die sich aktuell mit ihm beschäftigen. Newcastle United, PSG, Benfica Lissabon, da wäre es wieder Ersatz für Darwin Junius, der sehr wahrscheinlich wechseln wird. Manchester United, Southampton, Mailand, Napoli, Brighton, Chelsea, West Ham, Atletico. Also der Spaß, die Gespräche und alles könnte sich ein bisschen länger ziehen, bis es da irgendwo Vollzug gibt. Also die aktuell gilt es, wie gesagt, heißt es, dass die Bayern unter BVB am weitesten fortgeschritten sind. Aber da wird auch als drittes Team oft auch noch PSG genannt, dass da Gespräche scheinbar auch noch weiter sind als bei anderen Vereinen. Mal gucken. Ich sage ganz ehrlich, klar, er wird wechseln so, das ist klar, macht auch Sinn, weil sonst geht er halt in einem Jahr ablösefrei. Das ist auch Quatsch, ich soll bekomme übrigens noch Kohle für ihn, darf er auch machen. Ist zu Recht ein Fanliebling geworden, gerade letzte Saison überragend gewesen. Nur so persönlich als VfB-Fan gerade fände ich es sehr schade, wenn er sich tatsächlich dann entscheiden würde, zu den Bayern zu gehen. Wir sind nicht mehr die Konkurrenten wie früher, aber das muss halt einfach nicht. So als VfB-Spieler zu den Bayern weg sind, das muss halt nicht. Und so generell hätte ich keinen Bock, dass man in der nächsten Saison irgendwie auf einen Kalajic trifft. Das würde natürlich auch beim BVB das Gleiche bedeuten. So vieles interessiert natürlich an ihm. PSG, Newcastle, irgendwie so komische Klubs, weil da könnte man vielleicht wohl tendenziell noch am meisten Kohle rausholen bei solchen Klubs. Aber dann geh doch von mir aus eher zum BVB als in Bayern, von der Sympathie her. Oder geh eben nach England oder Italien. Das hieß ja auch früher oder vor kurzem noch quasi immer wieder, dass das so sein Hauptziel sein soll, England oder Italien. Mal sehen, wie lange sich das Ganze so hinziehen wird. Hoffentlich allzu lang. Wir brauchen ja auch selber als Verein so ein bisschen Planungssicherheit. Auch schauen nach Ersatz und so weiter. Deswegen lassen wir da gerne mal eure Meinung in die Kommentare da. Zu causa Sascha Kalajic. Vielen Dank fürs Zuschauen, hier natürlich vor allem fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.